So, Feuerwehr hatte ich noch nicht, ne? Ne, Feuerwehr hatte ich nicht. Ah, da sind schon wieder Steine, das ist aber gar nicht so sprich, muss ich sagen, weil Steine brauche ich ja eh noch, für da unten. Das heißt, da könnte ich eigentlich mal... So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch und sagen zu dir dann, wenn du wieder da bist, leg mal los. So, und dann kannst du eigentlich hier sagen, Steine ausladen und hier sagen, Steine einladen. Ah, und da hatte ich ja noch Steine. Okay, so, ähm... Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ja, das ist schön. Apropos, ich könnte mal speichern, wenn ich das hier gerade so sehe. Gesichert. So, das waren Sechse. Dann würde ich hier doch mal sagen, du... Ein Stück näher. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Ja, ja, Städte ausbauen ist nicht das Problem. So, ein Hoch. Ne, so darfst du, ne? Genau, so darfst du. Genau, so ist in Ordnung. Und da muss aber noch Kakao hin, da oben. So, und dann können wir hier sagen, eins, zwei. Und dann bist du auch direkt am Konto, oder? Ja, bist du. So. Und dann können wir in der Theorie hier auch den letzten hinbauen, wenn wir genug Holz hätten. Gut, dann flitzen wir mal nach oben und holen ein bisschen Holz. Die Steine auf der Route, die lassen wir vielleicht mal. So, der da. Kann weg. Ausladen und außen noch mal. Wählen wir dann ja wieder... Bist du jetzt eingestürzt, oder wie? Ah. Brauch' ne Tiefe. Verdammt, da muss ich ja eine Universität bauen. Irgendwie so war das doch, ne? Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Okay, weg damit. So, dann würde ich noch mal sagen... Also, ich brauche jetzt noch mal die zwei Hütten. Eins, zwei, drei. Feuerwehr habe ich immer noch nicht, ne? Feuerwehr könnten wir eigentlich da oben hinbauen. Wenn ich genug Geld habe. Wir können auch einfach mal sagen... Wir können auch einfach mal sagen... Ne, so nicht. Da, wo die Kirche ist. Aber dann brauche ich die Spelle ja eigentlich gar nicht mehr. So könnten wir sagen. Dann wäre das da hinten aber immer noch nicht abgedeckt. Hier wäre auch nicht abgedeckt. Da wäre die ganze Stadt abgedeckt. Ja, dann machen wir die. So, dann brauche ich die noch eine Straßenanbindung. Haben wir auch. Okay, Feuerwehr ist erledigt. Ähm, ich würde mal ganz gerne schauen. Alkohol haben wir genug. Stoffe, ja, ist okay. Die sind doch so ein bisschen grenzwertig. Tabak ist okay. Nahrung ist okay. So. Würde ich von hier eigentlich mal sagen, ich möchte Holz. Und mit diesem Holz flitzen wir wieder nach hier unten. So. Echt ja, Bürger. Äh, nicht Schule, Bürger. Okay. Wir brauchen jetzt nicht Gewürze, oder? So, was ich auf jeden Fall jetzt bauen muss. Ähm, ihr kriegt wieder Baumaterialien übrigens. Dann könnt ihr euch nämlich wieder erholen. Und dann wären das mit den Stoffen. Ja, Stoffe. Okay. Also Stoffe ist nicht... Da muss ich mich echt erweitern. So, und dann würde ich mal hier sagen, hier... So, ich brauche auf jeden Fall eine tiefe Erzlinie, weil ich sonst nicht genug Werkzeug kriege. So, das habe ich nicht... Also, warte mal. Du kannst mal schlafen. Du kannst mal schlafen. So, die tiefe Erzmine, die ist halt erschöpft. Äh, die leichte Erzmine ist erschöpft. So, bei dir kann ich sagen... Weg. Und dann würde ich hier sagen... Ich möchte eine neue Kakaoplantage. Und zwar... Na? Piraten greifen euer Schiff an. So, wo flitzt denn der gerade hin? Nach da irgendwo. Auf jeden Fall wollte ich jetzt hier gerade die Kakaoplantage bauen. Nämlich so. Oh, da hinten komme ich dann nicht mehr durch. Freibeute lauern euch auf. Gut, machen wir trotzdem so. Und dann würde ich sagen... Zack. 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 Und... Zack. Wunderbar. Dann kannst du wieder nach Hause. Bam. Und dann würde ich mal das andere Schiff angucken wollen. Okay. Dann müsstest du eigentlich demnächst mal... dich ein bisschen erholen. So, wir können hier mal schauen. Okay. Wir sollten wirklich... eine Kirche bauen. Und ein Badehaus. Ich würde als erstes mit der Kirche gerne empfangen. Ja, vielleicht machen wir das sogar so. Ja, vielleicht machen wir das sogar so. Dann können wir das Badehaus nämlich dann daneben setzen. Quasi so. Quasi so. Ich müsste dann alles abdecken. Das passt. So, und dann kann ich die kleine Kapelle da vorne abreißen. Und dann käme als nächstes... Wie sieht's mit dem Geld aus? Knapp. Dann käme als nächstes... Ja. Ähm... Wo ist es denn? Das Badehaus. So, kriegt ihr Baumaterialien? Ihr kriegt Baumaterialien. Okay. So. Sollte meine finanziellen Probleme retten... Es wird allerdings für andere Probleme sorgen. So, und was ich jetzt auf jeden Fall machen können sollte, ist... Sollte eine tiefe Erzmine bauen können. So, dann kriegt ihr aber erstmal wieder keine Baumaterialien mehr. Kann ich eine Werft bauen jetzt eine große? Nein, noch nicht. Schade. Was brauche ich denn da? 30 Holz. Wow. Hm. Dann nimm du doch mal Holz mit. Und laden du hier Holz aus. Und du kannst auch mal sagen... Holz. Und Holz. Und ähm... Dann habe ich bei euch wahrscheinlich... Die Dinger falsch rum gemacht. So rum. Genau. So, den Stein will ich ja auch nicht mehr haben. Schon wieder zu wenig Tabak, oder wie? Unglaublich. So. Dann würde ich gern mal hier... Dich auf die Tabaktur schicken. Dich auf die Tabaktur schicken. Du sollst Tabak einladen. Und hier wieder Tabak ausladen. Und du gehst erstmal da runter. Dich reparieren. Dann würde ich eigentlich ganz gerne mal... Corinna. Okay. Megalo. Wird repariert. Patriot hat eine neue Rolle übernommen. Rainbow ist beschäftigt. Reliance. Corinna müssen wir dann auch mal reparieren bei Gelegenheit. Jetzt ist aber erstmal Megalo dran. So. Dann reparier du dich mal schön. Ein Schiff wurde repariert. Super. So. Du bist wer? Du bist Reliance. Und du bist Corinna. So. Dann kann Corinna hier runter. Und du kannst weiter auf Tour gehen. Okay. So. Wunderbar. Dann kann ich zu dir sagen. Jetzt möchte ich eine tiefe Erdmine haben. Und du bist auch nicht mehr am Schlafen. Und du kannst repariert werden. So. Wie schaut es denn hier aus? Lad bitte die Steine wieder aus. Und hier lass es wieder sein. Und bei dir? Ein Schiff wurde repariert. Kann man sein lassen. Und kann man sein lassen. Wunderbar. Und dann schauen wir mal an, welches Schiff repariert wurde. Weil dieses Schiff wurde repariert natürlich. So. Und dann kann die Bevölkerung wieder die Baumaterialien haben. Ich würde die gerne mal wieder speichern. Gesichert. So. 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 Jetzt habe ich mir natürlich die Zufriedenheit meiner Bürger kaputt gemacht. Aber so wild ist es auch nicht. Dumm 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 dumm. So. Freibeute lauern euch auf. So. So. Freibeute lauern euch auf. So, da kommen die Nächsten. Und auch Wechsel. Ihr werdet von Piraten angegriffen. So, wir speichern trotzdem nochmal. So, und dann ist so ein bisschen die Frage gerade. Apropos, wir sollten den Konto ausbauen können. Ja, okay. Gut, und eigentlich können wir auch Kakao inzwischen verkaufen. So, die Stoffe, die würde ich eigentlich ganz gerne nicht behalten. Die brauchen wir inzwischen eher. Und dann würde ich den Kakao bis zu einem Lagerbestand von 60 Kf. verkaufen. Piraten greifen euch an! Ja, ihr wisst doch, dass wir nichts haben. Na, Mann, ey. Oh, also langsam nervt's. Wird Zeit für... ...ne ordentliche Marine. ...ne ordentlicheuluert. So, dann sollte ich vielleicht mal wieder ein paar Schiffe reparieren, glaube ich.